Ja, willkommen bei Malida und zu einer weiteren Folge Lethal Company. Wir sind immer noch in dem komischen Titan-Run von letzter Folge, den wir ja verkackt haben. Und jetzt sind wir auf Asurance. Ich mach mal den Monitor wieder an. Jetzt lasst ihr die Schaufel dabei in Ruhe, ne? Klar. Okay, wir sind Asurance, ne? Schlüssel mitnehmen, Fire-Exit. Haben wir noch mehr Schlüssel? Ja, da sind noch Schlüssel. Wer geht jetzt Main, wer geht Fire? Ist egal, ich geh einfach mal mit zum Fire. Ja. Ey, ich komm wieder weg, ich bin auch da, ich bin auch da. Hi, oh mein Gott. Hallo. Was? Nix, er hat nix gehört. Okay. Hör, hör, hör. Die Aufnahme hört aber alles. Ja, ich befürchte das. Egal. Warum lachst du so, wenn du nix gehört hast? Ey, weiß ich nicht. Weil er weiß, dass er hinterher alles hört, weil es auf der Aufnahme läuft. Ja, das auch. Ich hab irgendwann mit Schlüppi gehört. Ach. Kann man das denn in der Aufnahme lassen? Ich hab nicht alles mitbekommen. Ja, alles gut. Ja, klar kannst du das in der Aufnahme lassen. Ja, alles gut. Wir lieben nur ein Schlüssel. Hier ist ein Sackgasse. Oh, scheiße. Oh, das ist der große Raum. Schatz, bist du hier schon lang? Ja, da geht immer noch nicht lang. Stopp, stopp, Schatz. Die hat Turrets. Die hat Turrets. Turrets hier auf der anderen Seite. Ja, okay, okay. Oh. 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 Hier ist kein Loot. Hier ist kein Loot. Hier ist kein Loot. Hier ist kein Loot. Was? Da ist die Tür. Ja, wir sind Ass, ne? Hier ist kaum ein Loot. Das ist alles für den Arsch hier. Ja. Ja, hier geht's. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Ich glaub, wir müssen sie aufteilen. Ja, dann hier links runter. Ja, wenn da zwei Eingänge sind, dann komm ich mit. Hier ist was, ein Cookie-Molt. Hängt hier da ganz komisch. Äh. Ja, warte mal. Äh. Ja, Vorsicht. Ja, kann ich grabben. Oh, sehr gut. Oh nein. Oh. Mamba ist runtergefallen hier. Nee. Doch. Was? Wie das denn? Ja, wir hatten jetzt hier zusammen nach diesem Bug-Form geguckt. Und dann ist sie runtergefallen. Oh. Oh. Okay. Nicht so gut. Oh, hier ist eine V-Type. Okay. Zumindest ein bisschen Loot. Also wir müssen jetzt hier so viel... Nein, hast du Schlüssel noch? Ich hab noch, ich hab noch. Oh, gut. Für eine Sackgasse? Ja, ne? Ich... Ey. Schlachtwisch. Halt, stopp. Halt, stopp. Oh, shit. Da ist Außaggasse. Scheiße. Das kriegen wir ja. Dann haben wir noch unseren Zweier. Wisst er nicht. Äh. Hallo? Ja, Roger, Roger. Wir haben einen Einkaufswagen gefunden. Das sieht sehr, sehr goofy aus. Was haben die gefunden? Einkaufswagen? Einen Einkaufswagen. Einen Einkaufswagen? Einen Einkaufswagen. Da kann man Sachen rein machen. Ja, okay. Oh, hier ist auch... Ey, hier ist alles Sackgasse. Also, Fire ist nur Sackgasse hier. Lockt halt. Und Mamba ist tot. Seid ihr alle drei noch am Leben? Yes. Also, du müsstest dann aber auch erzählen, sie ist halt einfach heldenhaft gestorben. Ja, ja, klar. Da war Bracken, den hat sie fast... Alles. Hallo? Ja, warte mal kurz, weil die ganze Finger wieder aufgeben. Hallo. Ich hab die irgendwie gehört, ich hab die irgendwie gehört. Warte mal, das krieg ich noch mit. Hast du noch mehr Shit? Nee, noch mehr hab ich nicht. Mach mal deine Lampe aus. Ja, mach ich. Dann bring ich das zum Schiff. Ja, bleib du vielleicht safe, ne? Oh, vielleicht. Vielleicht. Ich geh noch mal rein. Obwohl, hier war noch nix. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Hallo? Ja? Das seid auch ihr? Ja. Nee, ich bin Monster. Also, hier braucht ihr nicht lang, da ist nur Sackgasse. Guck dir bei den Einkaufswagen hier an. Geil. Ey, lass mal los, lass mal los. Da kannst du Sachen reintun, oder was? Warte. Ja, ja. Warte mal, scheinbar. Kannst du so. Oh, mein Gott, was war's? Oh, mein Gott, was war's? Oh, mein Gott, was war's? Woran ist denn die gestorben? Die ist heldenhaft im Kampf gegen irgendeinen Wracken gestorben. Heldenhaft. Oh, das ist ein Key. Okay. Wie viel wert ist denn der Einkaufswagen eigentlich? Ich glaub 30 irgendwie. Der ist nicht so viel wert, aber... Den verkaufen willst du, den nehmen wir jetzt immer mit. Hier, Bier für den Einkaufswagen. Warte mal. Bier für den Einkaufswagen. Warte, warte. Muss auf die Seite gucken. Geil. Wie die Penner bei Aldi, ey. Aber da hinten ist ne Tourette übrigens, ne? Seh ich gerade. Einmal zur Aldi-Klasse bitte. Wo ist denn jetzt der Firehack sind eigentlich? Schiebe Plastikbierflaschen. Ist da oben irgendwas? Nee, aber ich glaub ich teleportier mich mal hier weg. Ja, aber doch nicht mit dem Einkaufswagen, oder? Ich weiß, wo der Firehack ist. Nee, nee, ich hab ihn hier gelassen. Hier. Warte mal. Hä, wo ist jetzt die Schaffung? Ich hoffe. Bis später. Weg ist der Typ. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Hä? Warte. Hat sich gelohnt. Hat sich hier nicht gelohnt. Hier ist der Fire, hier ist der Fire. Stone, bist du noch am Leben? Ist der Stone noch am Leben, oder ist der Stone tot? Ja, der steht neben mir. Wir haben ihn irgendwann verloren. Ja, der Hemi kommt jetzt mit unserem Einkauf. Ja, okay. Äh, lohnt sich der Main noch, oder sind wir jetzt hier durch schon? Äh, also, wir sind so ziemlich alle Gänge abgelaufen, ich hab da nix mehr gesehen. Ja, und von mir aus... Weiß nicht, wir können's dann nochmal probieren. Wenn du willst. Ja, von mir aus können wir auch abhauen. Also, mir ist das gleich. Also, wenn ihr da schon alles abgelaufen seid, dann lohnt sich das ja nicht. So ziemlich, ja. Oh, ich hab ihn. Oh. Wow, wow, wow. Ja. Ja. Ja, und ich hab keine Ausdauer. Ja. Ja, warte, 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 warte. Hier. Ja. Jetzt mal ich... Ich hab die Schaufel, ich bin schwer. Oh, Mann. Schmeißen... Ich kann's nur grabben! Der Einkaufswagen ist zu geil, Leute. Der Einkaufswagen ist zu geil. Wie ist das denn da rein? Du kannst ja echt mir große Sachen draufschmeißen. Ja, aber wie denn? Ey, guck mal, das ist unendlich. Ich tu da zwei Schauffern rein. Ich geh, grämmig das raus. Ey, ich fisch das. Ach so. Der Philipp kommt in uns noch mit Bienen. Ja, geil. Wie geil ist das denn, Alter? Das ist cool. Wir nehmen das schon mal rein. Wir gehen auch alle wieder drauf. Kling, kling, kling. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wann er fliegen? Ja? Guck mal, da ist alles drin. Der ist zu geil, das Ding. Ey, den verkauft wir aber nicht, ne? Nee, der wird nicht verkauft. So, irgendwo alles raus hier. Habt ihr da jetzt alles reingepackt? Bei der Compi, die können wir doch alles mit Leiband nehmen. Mori taucht mal fort. Das ist zu geil. Ja, starte mal, starte mal. Rest in Peace, Schwesterherz. Ist da einer oder zwei? Einer, einer, einer. Hab ich. Einmal salutieren für meine Schwester, bitte. Wir brauchen hier noch einen Klipper, dass man immer einen Euro reinstecken muss. Acht. Ich hab salutiert. Ja. Heldenhaft gestorben. Heldenhaft. Im Brackenkampf gestorben. Einen. Ey, Schatz, hast du den Einkaufswagen hier gesehen? Der ist zu geil, der Einkaufswagen. Man hört sich übrigens nicht, falls du was gesagt hast. Ja, ich rede schon, okay. Ja, der Einkaufswagen ist richtig nice. Ja. Was für ne Scheiße, ey. Wir haben jetzt. Das ist Stormy jetzt. Ja. Wow ist Foggy. Offense will ich nicht hin. Oder Experimentation. Oh Gott. Ja, gehen wir auf Safe. Wir machen Experimentation. Gehen wir auf Safe. Ist normales Wetter. Ist da, ist normales Wetter. Und einer muss den Einkaufswagen jetzt mit schlitten. Ja stimmt, da kann alles rein. Da kann alles rein. Fünf Bierkisten hintereinander. Nicht die Schaufel. Ach so, ich muss aber erstmal hin. Oh mein Gott. Da ist doch mein Scheiß. Wie der mich wegschiebt, ich glaube, das ist ein Glück ein Schauf. Ich fülle auch mein Scheiß aufladen. Hey. Na? Fick den her. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ach so, ich hätte ihn auch mitgenommen. Wollt ihr grad grappeln, das hat er nicht gemacht. Ist das zu geil. So. Das Auflauplan gibt es Schaden. Irgendeiner läuft ja mit einer anderen Taschenlampe rum. Ja, das war ich. Achso. Wieso bin ich denn jetzt schon hoch? Nein, ich kann damit nicht hoch. Wirklich nicht? Nee, muss ich hier unten lassen. Wer hat denn was gekauft? Hey, ich stag jetzt hier fest. Ja, ich auch. Wer hat denn was gekauft? Ja, ich. Achso, was hast du? Ich bin gestorben. Achso, ja stimmt. Ich bin gestorben. Wir können den Wagen nicht mehr holen. Warum hast du keine Flashlight? Ich hab ne Flashlight. Achso. Den Wagen müssen wir hier unten stehen lassen. Warum? Den kriegst du nicht die Leiter rum. Ey, echt? Das ist ja schon. Hey, yo. Hier sind bestimmt schon Leute drin, ne? Wo seid ihr reingegangen, Roger, Roger? Ich bin doch an den Linken. Keine Ahnung, Roger, Roger. Ja, bist du Main, Roger, Roger oder Fire, Roger, Roger reingegangen? Ja, Main, Roger, Roger, aber wo? Keine Ahnung, Roger, Roger. Stone, Roger, Roger? Ich sag wo. Wo wohl? Ja, Main, dann weißt du nicht, wohin. Roger, Roger. Evi, sauf bei mir, Roger, Roger. Das hat mir ja richtig gelohnt. Wir sind in Fire, Roger, Roger. So, hier geht's. Oh, hier ist wieder das Dingsbums Team. Ist das unten? Ich glaube, das ist unten, ne? Nee, er ist hier oben. Nee, er ist hier oben. Hä? Ich sehe hier nichts. Hier. Ausgerechnet in dem Raum hier sitzt. Natürlich. Ja, aber ich hab's ausgemacht. Hier ist noch ein Spiel. Oh, hier ist der Spiel. Renn! Jetzt renn! Was, deine, hast du eine Schaufel? Ich laufe! Ich hab keine Schaufel, ich hab keine. Was habt ihr da, was habt ihr? Miss Nerfly! Ich bin wieder raus. Hat hier einer? Ich hab einen Knie. Nee. Ich weiß nicht, was hier ist. Jetzt, bist du da? Ich weiß nicht, wo der Hinten ist. Hallo? Ja, Scan, ja? Was ist das? Das Nerfly! Ich hab einen Schlüssel. Ich seh hier nichts. Ich seh auch nichts. Was kriegst du in dem Raum hier? Ey, geh mal nach oben. Ich war... Ja, da war die Nerfly, ne? Echt? Pass auf, pass auf. Die ist da, Marcel. Wo? Ja, halt, komm. Komm zu Jesse. Oh, fuck! Der ist schallgeil! Ja, ich hab ihn angeguckt. Ich glaub, ich hab ihn angeguckt. Ich glaub, ich hab ihn auch. Ich glaub, ich hab ihn... Wir sind falsch, Marcel. Wir sind falsch, Marcel. Wir sind falsch, Marcel. Wir sind falsch, Marcel. Wir sind falsch, wir sind richtig, wir sind richtig, wir sind richtig, wir sind richtig. Rennt der? Das bringt... Gott. Er kommt! Das bringt nichts weg zu rennen, Leute. Es bringt einfach nichts. Ich geh nach Main. Rennst du direkt aus? Ja, da ist ja nicht, wen er will. Ich auch nicht. Ich hoffe dich, Pommes. Na, ich hoffe nicht. Na, ich hab ihn angeguckt. Oh, oh. Ich weiß es nicht. Ich bring schon mal Ludwig. Ab in den Einkaufswagen. Ja, stimmt. Wenn ich sterbe, sammelt meine Überreste auf, ja, also meine Taschenlampe. Ja, also ich hab nämlich so kurz das Psycho-Anfall gehabt, als ich da... Ich hab den auf jeden Fall einmal kurz angeguckt. Das ist nicht gut. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Noch nicht viel. Der Shy Guy kommt! Fuuuck! Hat er dich auch? Er hat mich auch. Ja, du hast ihn angeguckt und ich hab ihn angeguckt. Und ich weiß nicht, ob Mama ihn auch angeguckt hat. Echt jetzt mal. Aber warum fährt denn die Lamine hinter einem her? Das ist doch scheiße. Was, meinst du diesen Staubsauger-Roboter? Ja. Ja. Oh nein, Steffen! Oh mein Gott! Was ist denn da passiert? Ja, das war die Lamine. Oh, bist du echt weggeblieben? Das ist ein Staubsauger-Roboter-Ding. Was? Das ist jetzt stehen! Marcel ist tot und neben ihm sitzt der Shy Guy. Ja, der Shy Guy ist gerade an uns vorbeigerannt und dann wurden wir von dem Bubenbar überrascht und Heni hat sich entschieden, jetzt erstmal stehen zu bleiben. Guckt den Shy Guy nicht an, wenn ihr an Marcel vorbeigeht. Hier können wir raus, oder? Ja. Oh mein Gott, was ist denn da drin, ey? Jesse ist, glaube ich, auch tot. Ja, ich glaube auch. Der Shy Guy war schneller. Ja, du kannst von dem gar nicht wegrennen. Ich hatte noch ein bisschen Ausdauer, ich bin gerannt, aber keine Chance. Du, wie gesagt, auf Titan bin ich rückwärts gerannt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, der hat dich nicht, ich weiß nicht, der hat dich nicht bekommen, ne? Ich habe es ja gesehen. Der hat dich sogar noch nach vorne geschoben auch. So ein bisschen, ja, irgendwie ja. Hauptsache, du bringst einen Einkaufswagen hier mit. Hallo? Hallo? Wisst ihr, wo ist Shy Guy? Der ist hier hinter mir. Guckt nicht in meine Richtung. Der ist irgendwo da. Wo ist der Einkaufswagen? Äh, Jesse hat noch Loot gehabt. Der ist schon wieder im, der Einkaufswagen ist schon wieder im Schiff. Oh, wobei. Äh, Shy Guy hat gerade zu mir Oh geil gesagt. Oh geil. Nimm das als Kompliment. Scheiße. Oh, ich habe Bienen. Äh, die sind da auch auf dem Berg. Achso. Würde gerne die Bienen noch holen. Hast du die Schiff? Ey, ich habe die ganze Zeit dieses fette Geräusch von dem Apparatus hier. Ja, höre ich aber auch den Sammgeräusch. Achso. Da muss eine hier geblieben, ne? Wir gehen nochmal rein. Jesse hat noch Loot. Ich weiß noch nicht, wo sie ist. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn für Loot? Oh, fuck, fliegen die hier. Oh, oh, oh. Hä? Warum? Ey, ich vote mal. Vote, 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 vote. Ich lebe. Das ist noch ein Pack. Ja, ich lebe noch. Ich bin auch fast so dabei. Ich vote jetzt nicht. Wie haben die die hier? Nee, nee. Ich bin da beim Halten. Wenn die dabei im Halten sind, dann ist es ja jetzt in Ordnung. Egal. Ja, wo ist denn die hier? Das weiß ich auch nicht genau. Hä? Das ist alles dann abgeholt worden. Ich glaube, ich habe auch ein Bugs. Wurdest du denn jetzt drin? Achso, ja, die Bugs haben sich den Loot dann geklaut. Ich jetzt? Ja. Was bin ich? Wurdest du drin? Du könntest natürlich mit Schommel reingehen, die Bugs. Ja, ich bin beim nächsten Schlacht tot, ne? Ja, okay. Ich habe die Frage mir schon selbst beantwortet. Ich weiß halt nicht, wo, ne? Jetzt vote doch Pommes. Ist sie noch mal in Haupteingang reingegangen? Ich füttelte ja. Ach, die wollten schon. Oh, die wollten schon. Wo wollen das hier gehen? Die haben Angst. Wahrscheinlich hatte sie keinen Loot mehr oder so. Ich glaube, ich hatte nichts. Oder fast nichts mehr. Nee, wir haben ja auch nichts gefunden, ne? Nee. Ja, dann fliegt mal los. Ja, fliegt mal los. Ich hole die Bienen. Zack, zack. Sehr gut. Okay, wir sammeln zumindest immer noch ein bisschen Loot. Ja, also, wir tun ein bisschen was zu wissen. Klepp, klepp. Minimal, aber ja. So. Dann hast du ihn wohl angeguckt, Marcel, war? Nee, das war die erste, die tot war von ihm. Ach so. Ich habe ihn einmal nur kurz angeguckt, das hat nur ein ganz kleiner Hauch. Ich habe ihn nur einmal... Ich bin auch nur angeguckt, aber mich hat er nicht getötet, witzig. Versteht man schon nicht. Ich bin zwar im Gang vorbei und habe ihn im Augenwinkel gesehen. Ja. Ich meine auch, dass ich den angeguckt habe, während er mir vorbeigesprintet ist, um einen von euch zu filmen. Wie er da draußen in dem Zug saß. Wir sehen auf Azure Ends. Ich hatte auch eigentlich keinen Lüge mehr dabei. Okay, immerhin 700. Immerhin 700. Ja, und der einfach alles macht jetzt bei mir auch das Geräusch, ne? Ja, die ganze Zeit. Einkaufswagen oder nicht? Können wir nicht, ne? Nee, nee. Wir gehen die Treppe nicht hoch. Nee, wir gehen die Treppe nicht hoch. Ja, wir können liegen am Haupteingang unten hinstellen, ne? Genau, und dann... Let's go. Ich glaube, zum Feier. Wer geht hier sonst noch? Wie viel gehen wir jetzt zum Main? Wir gehen jetzt zum Main, ja. Wenn ihr jetzt zum Feier geht, okay, dann ich gehe mit dir zum Feier. Das ist auch echt kranker Scheiß, ey. Naja, ich glaube, Hemi kommt jetzt auch noch hinter uns zum Feier. Yes. Das macht einen ja so schnell kaputt, ey. Das ist ja unfassbar. Yippie, yay. Ach, ich brauche auch so, sonst schaffte ich... Tschüss, gleich, Hemi. Es fehlt und hier ist der große Raum. Oh, okay. Ist er runtergefallen? Ja, ja. Direkt der große Raum. Ja. Da sehe ich Loot da vorne, so eine... Oh, ich sehe... Ja, oh, Loot, Loot, Loot. Ach, ich höre dich schon. Ja, der Haupteingang scheint nicht weit... Ach, guck mal, da ist auch Loot auf dem Dings. Habe ich gar nicht gesehen. Ja, okay. Nice. Aber hier lag... Äh, der große Raum. Hallo. Hi, 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 hi. Aber wenn ihr die Teppiche hochbrennt, dann... Ja. Also der Main-Eingang ist in der Nähe. Ich habe Loot. Wo ist der Main-Eingang? Wo ist der, wo ist der, äh... Assi-Wagen? Ey, wo ist der Assi-Wagen? Der bei Main. Ich habe ihn nicht gehabt. Alles klar. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Da ist doch der Assi-Wagen, ne? Da kann ich doch was reintun, ne? Ja, der Main ist hier lang. Hä? Wer lief... Warte mal, Philipp. Ja, hier. Wer lief denn jetzt gerade da oben? Das Ding... Hier oben links. Ich bin hier. Ich habe keine Ahnung mehr hier. Ich habe hier. Du hast die Stolen. Ist das normal? Ja. Ist okay. Ich habe so eine Energy-Dose. Ich habe so eine Energy-Dose übrigens. Und wo ist jetzt der Main? Der Main ist hier. Oh, hier drüben sind noch, äh, Flaschen. Hier ist der Main. Ja, ich komme. Hier. Da drüben. Aber ich glaube, da... Da müsstest du auch, wenn du hier rumkommst, denke ich. Aber nicht, dass du springen musst. Müssen wir Springstone oder kommt man so zum Main? Die... Die... Nee, ich bin gesprungen. Ja, also, das geht mal. Oh, hier drüben. Oh, hier drüben. Oh, hier drüben. das ist auch ein neues Lootteil hier kann man die trinken? oh shit was macht die? ich hab damage gekriegt war das so? ich hab damage gekriegt ey leg mal hin, kann ich auch noch mal trinken? warte mal yo damage man schockt das nicht was? alter what the fuck ich komm raus, der explodiert einfach erstmal Marcel ist hier explodiert war das das mädchen oder wer war das? nein, der hat 2 mal von dem energy drink trinken scheiße komm, wir tun alles in den einkaufswagen mach ja mach, komm es hin, komm, sagt ihr tot scheiße der scheiß roboter, der staubsauger ach so, oh my god ey, wenn ihr ne energy dose findet, wo gremlin draufsteht ne? was draufsteht? wenn man... der energy dose, wo gremlin draufsteht too many items ich kann jetzt nix mehr rein die kann man mit der linken maus die kann man da einen schluck trinken von ne? kriegt aber auch nicht schaden trinkst du die das zweites mal, hab ich ja probiert explodierst du so bin ich gestorben so bin ich gestorben das ist wegen dem großen Ding wahrscheinlich ne? 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 der Marcel kann hier ruhig verrotten tu ihn wieder raus ey, komm durch die Tür raus Stone ich komm durch die Tür raus boom, sein Kopf explodiert genau in dem Moment oh scheiße, guck mal hier liegt sein Kopf oh scheiße hey aber das bin doch eigentlich gar nicht ich da also ha? haben die heybee auch in dem Einkaufswagen oder? du bist ein echtes Loot echtes Loot da außen drin ey, jetzt kann ich den auch nicht bilden ok warte, warum nicht? ne, nicht was bauen die denn da noch, ey? hä? keine ahnung, jetzt kriegen sie den Wagen nicht mit ah ok 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 let's mal go bevor ihr die Viecher kommt ich will gar nicht wissen wie schwer lebt ihr noch? hallo? hallo? lebt ihr noch? hä? leben Jessi und Steffen nicht mehr? guck mal für mich ist aber Hemis Leiche da in dem Wagen drin Jessi? jetzt für mich nicht achso für dich nicht? ich denk der death ne, für mich auch nicht er hat Kissen Bier und das auch richtig so ass hell haha, der Marcel und was hat ein Schluck was hat ein Schluck denn bewirkt? nur Schaden also er hat mir die hingeworfen dann hab ich die getrunken hab gesagt ich krieg Schaden und er wollte es dann wissen weißt du Kopfwärts blown oh man oh, geil oh shit ja ja diese so so Hemis tot Jessi ist tot ja ich hab hier keinen Schaden naja ne wir haben keinen Schaden ne wir haben keinen Schaden ach Malida das tut mir ja so leid ja das glaubt man dir aus dem Wort ja wie will gell glaubhaft ich keine Person ja Himi tot Thomas tot alle tot valide ach müssen wir warte müssen wir einmal zum Fire Exit und gucken ob da noch was ist oder also hier sind noch 6 Objekte ja also einer könnte ich noch mal gucken ja ja ne wir haben da nichts ne wir haben da nichts mit lass deinen Scheiß auch mal hier zum Main also ich hab da beim Fire nix hingelegt Main war ja direkt bei Fire stimmt auch oh gehen die jetzt alle los? ne ne oder? ne 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 okay bleib drin leid leid das wüsste die noch rein nicht gut nicht gut ne 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 ok der ist tatsächlich im Stein reingebackt ne da kann glaube ich gar nicht weg ist der auch in Ordnung denn mhm aber der Wurm ist auch irgendwo hier ist der immer noch gebackt ja oder ja der Backtel im Stein guck mal guck mal sein Körper ist im Stein drinnen Prozent ganz losfliegen Also für mich packt ja Emis Leiche auch immer noch da bei der Tür. Okay, Emis Leiche ist gar nicht krach. Ja, ich weiß, aber bei mir sieht das irgendwie so aus. Das sind Wunschträume. Ey, nur weil ich es zweimal Energy getrunken habe, bin ich so lazy. Wohin die beiden wohl verstorben sind? Jesse, Jimmy, woran seid ihr verstorben? Ja, Marcel, die Erfahrung war mein Blowing. Ja, genau, ein Schluck zu viel. Ich weiß gar nicht mehr, woran bin ich da jetzt gestorben? Ich bin an diesem Roboterfuß. Nee, war das? Ach, der? Ja, der kommt, warum ich in den Abgrund bin. Warum bist denn du stehen geblieben eigentlich? Ich glaube, ich liege irgendwo fest, ich weiß es nicht mehr genau. Wir gucken in den Gang, wir sehen den Boomer, wir sehen den Heavy. Aber hier, Gremlin verleiht Flügel hier, ne? Hier. Tu es nicht. Oh Mann. Nein. Hier, Fick. Jeder muss einen Schluck, einen Schluck hier, Pommes. Ja, einen Schluck, aber... Zweiten? Mach nochmal, kriegst fünf Credits von mir. Tschüss, Yanni. Wir haben fünf Credits von Ihrem Körper. Können wir nicht verkaufen, oder? Ja. Der ist auch ein bisschen Blut von mir. Sollen wir wieder alles verkaufen? Jetzt ist die Frage, ob wir alles verkaufen oder ob wir ein bisschen was behalten sollen. Ich weiß es nicht. Wir haben 1200 gehabt. Ja. Warte mal, ich lass mal die kleinen Scheiß mal hier. Ich hab die Essie verkauft. Oh ne, wenn die Essie verkauft, oder zählt das schon als Buddy zurückgebracht? Dass wir die fünf... Die war reunited. Fünf Dollar. Okay. So, wie viel haben wir denn jetzt verkauft? 461. Ich hab hier fünf Credits versprochen. Das muss ich halt auch halten. Okay. Der Kopf von dir soll mal abhauen. Jetzt die, dein Kopf nervt. Weg. Muss bald. So. Jetzt nichts sagen, aber von mir liegt er hier. Okay. Warte mal, was könnten wir denn holen? Hier ist Lethal Deals. Weiß ich nicht, was das ist. Lightning Rod. Das ist auch 20%. Ich glaub, hiervon muss eigentlich noch nichts leisten. Ja, Lightning Rod ist gegen Glitzschläge, oder wie ich jetzt doof? Ja. Das kostet 802. Würde ja schon. Das können wir uns doch nicht leisten. Vielleicht sollten wir doch alles verkaufen. Es gibt auch einen Helm zu kaufen. Oh, Jetpack ist 30% off. Aber einen Helm könntest du dir kaufen, glaub ich auch. Der wird... Wie teuer ist ein Helm? Guck mal, was du auch. 750. Echt? 750? Alles viel zu teuer. Ja. Ja gut, okay. Der lässt sich aber natürlich mehr Schaden aushalten, ne? Mhm. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt wieder alles möglich. Ich verkauf da auch noch mehr, ne? Besser wäre, dass man länger rennen könnte. Also, Jetpack? Jetpack hat grad 30%. Nice! Oh fuck! Tu es nicht! Oh nein! Du kannst den auch verkaufen! Den ist halt zurückgebrannt, oder? Ja, also 5$ hab ich... 5$ hab ich aufgenommen. Ja, aber wenn der jetzt... Ich weiß es nicht. Aber wenn der jetzt... Aber wenn der jetzt... Hier liegt... Das weiß ich nicht. Da kriegen wir ja keine Strafe. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob der Pommes jetzt strafe bekommen oder nicht. Ja, wir hätten sie nicht vereint im Tode. Vor allem, er kommt nicht auf, wenn es zu trinken. Er meinte doch... Nein! Er trinkt und sagt... Oh nein! Müssen wir ihn jetzt verkaufen, oder nicht? Nein, wir lassen ihn jetzt alle. So. Cost of Death unknown. Ja. Übermäßiger Energy-Konsum. Ja. Kann tödlich enden. Ohngeil. Da liegt sein Kopf. Scheiße, wir haben hier überall Köpfe. So. Wir brauchen jetzt Stuff. So, wir haben 1000... Ich mach mal kurz... Okay. Also brauchen wir auf jeden Fall wieder Proflash, ne? Ja. Ja. Ja, sechs Stück auf jeden Fall mindestens, ne? Brauchen wir Shovels oder haben wir noch Shovels? Wir haben noch zwei Shovels. Zwei? Ich seh nur eine. Ne, das sind zwei. In einer. Ah. Okay. Hast du wieder ein Kreuz gehabt für mich nicht? Ne, ne. Für mich war das auch. Komplett plain. Warum haben wir das Clownhorn und die Todesdose behalten von allen Sachen? Keine Ahnung. Weil die Todesdose so lustig ist. Ja, guck mal, das ist... Du hast dann eine Chance, dich selbst umzubringen. Ne? Mhm. Oh! Wir müssen mal zur Dings, glaub ich. Ja, ja. Da muss er mal hin. Ich bin noch am überlegen, ob wir irgendwas holen sollten mal. LGU. Aber das ist alles, glaub ich, zu teuer. Liefel Deals? Was heißt denn Liefel Deals? Aber wo hast du die Schrank geblieben? Ja, die ist im Storage. So, warte mal. Ich frag mich mal, was ist denn Liefel Deals hier? Garantiert, at least, one item will be on sale in the store. Oh Gott. Dafür musst du 300 zahlen. Ja, und? Aber stell dir mal vor... Da liegt noch eine Sache, ne? Stell dir mal vor, äh, hier irgendwas sehr teures ist im Sale. Das wär doch super. Ey, Strong Legs kostet 300, ne? Das ist nicht toll, glaub ich. Äh, warte, stopp, stopp. Strong Legs. Nö, überhaupt nicht. Aber gut, damit können wir nur höher, äh, springen, ne? Autsch! Ich will was trinken. Also mit Strong Legs können wir nur drei Units höher springen. Nein, nein, das andere, mit Bigger Lungs oder sowas, dann können wir länger rennen. Ja, aber das kommt 600, das können wir uns nicht leisten. Nee, das ist gegen den, äh, scheiß Sampa, glaub ich, ganz gut, ne? Wenn man einfach rennen kann. Ja, ja. Ey, wie der Sampa, den Sampa kann man easy töten. Ja, ich nicht, ich schaff das nicht. Ich kann dir zeigen, wie. Ja, also, ich würde sagen, wir kaufen jetzt davon noch nichts. Wir könnten noch ein paar, äh, ein paar Flair-Guns bestellen, ne? Wie viel Geld haben wir denn noch? 800, 16. Ja, dann gehen wir lieber auf, äh, Rent, oder? Jetzt gleich. Ja, ja. Also jetzt kommen noch zwei Flair-Gun und dann, äh, ja. Jetzt liegen hier zwei Körper rum, ne? Okay. Okay. Lassen Sie sich von den Flair-Guns auch die Runde, äh, ablenken? Ja, kann sein, kann sein. Bei den Giants weiß ich 100%. Ja, aber der macht ja auch ein bisschen Ton, oder? Der macht Ton, ja, ich glaub. Ja, man müsste es mal ausprobieren. So, jetzt warten wir mal kurz noch auf Hebel und, äh, Pommes. So. Was? So. Ja, gut, dann war's dann mit dieser Folge. Jetzt haben wir jetzt zumindest die nächste Quote auch geschafft. Mal gucken, ob wir jetzt dann aus, äh, Rent oder Dine zumindest so viel rausbekommen, dass wir beim nächsten Mal bei diesem Late-Game-Shop zuschlagen können. Wir haben 687, wir könnten noch nicht mal nach, äh, Titan, wenn wir wollten. Wieso das hier nicht? Ja, weil ein Buddy jetzt 277 Feinden gekostet ist. Ja, warum müsst ihr auch übermäßig Energy trinken, Mann? Tja. Hey, weiß ich nicht. Okay. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen. Das ist ne Sucht, da können wir nix für. Ciao, ciao. Außerdem ist das cool. Ciao, ciao. Ich bin hediterischer Atme. Ciao, ich bin lediglich. 구 Alsbei ichrik mit dem Nolan. Ich bin � écrit in den?" Untertitelung des ZDF, 2020